Ja, Streit! Hey Leute! Wir wollen heute mit dem Zug nach Düsseldorf fahren. Zu der Uni von Baba. Von Papi. Und weil er da so ein bisschen... Ja, er muss dann ein bisschen was erledigen, ein bisschen was machen. Und da wir gedacht haben, es ist gutes Wetter und auf mich wollte ich schon mal meinen Zug fahren. Beziehungsweise, wenn der Zug sieht, er hat es nicht gesagt, ich will Zug fahren, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Aber wie gesagt, machen wir das mal. Und deswegen mache ich mich gerade fertig. Und ich dachte, ich kotze eine Runde mit euch. Boah, ich muss echt ein bisschen was machen bei mir. Augenbrauen. 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 Du bist mir die Mama, ich bin immer nicht. Hallo? Hallo? Also Mir ist aufgefallen, dass ich mich viel lieber mit Kaya schminke Und mein Eilergapte hier Das Problem ist aber, dass ich finde, dass der Kaya halt Oh, braun geht, aber komischerweise Schwarz hält nicht so gut und dann klebt das Immer hier oben, habt ihr das auch so? Das ist voll komisch, ne? Jetzt hab ich halt braun drauf und der brauner hält super bei mir Wenn ich mit denselben auch in schwarz hole Nicht Tja Muss das einer verstehen, muss es nicht Das sind Frauenprobleme, ne? Ich glaub, da war wieder eine neue Wimperntusche Meine Wimperntusche ist, glaub ich, so ein bisschen Ausgetrocknet Ja Weil es schon so daneben, weil es so schnell ausgetrocknet Oh, meine Waschmaschine, hört ihr die? Sorry Aber ich hab wieder Wäsche zu falten und ich muss das wieder nachmachen, weil es ist ein Wunder, meine Wäschestelle nach vorne sind leer Der ist nie leer Mein Lieblings-Wippenstolz ist Lipkalabata von Astor Alle, die mich schon länger kennen, oh, so, kennen mich Alle, die mich schon länger kennen, kennen mich Nein, alle, die mich schon länger kennen, kennen den Weil ich den so liebe Ich mag den und es gibt noch einen von Essence Der hat so eine ganz schöne Farbe, liebe ich auch total gerne Ich stehe ja auf Matte Jetzt hat die Emia Nyx-Produkte, habt ihr das schon gesehen? Ich muss da auf jeden Fall hin Ich liebe das Die haben so schöne Brauntöne, so richtig braun-matt Boah, ich freu mich schon richtig drauf Was hier wird sich freuen, wenn das Geld auch weg ist Aber Was will man machen? Und, was ist sie? Wohin fahren wir jetzt? Essen Ja, das ist so doofest gestrichen Ich habe alles vorbereitet, ne? Alles eingepackt Und jetzt fahren wir essen und fahren gar nicht mehr dahin Da denke ich mir so, warum sagt man mir das nicht? Wir haben voll aneinander vorbeigeredet Total doof jetzt Aber naja, egal, dann machen wir das ein andermal Ja, ich war, doch Ich war schon genervt, warum ist denn so? Man sieht dich gar nicht schlussend weg Den Baum Warum machst du so? Ich war genervt Weil man vorbereitet alles Ich habe Essen für ihn, das ist mir eingepackt Ich habe Spielzeug für ihn, das ist mir eingepackt Vor unterwegs Ich habe noch eine dicke Jacke eingepackt Falls es dann später kälter wird oder so Und ich wie so ein Packese gehe ich runter und dann sagt er mir so Ich darf mir doch gar nicht schlussend auf das so drauf und ich so Ja Streit Nein Naja egal, jetzt geben wir Essen Dafür geben wir jetzt gut Essen Und wir können ihn und so Oder? Warum lachst du? Ihhh Wir brauchen so eine Haltung für die Kamera Kaufst du uns sowas? Wir sind uns gleich Wir sind uns gleich Masisha ist auch da hinten Wird ich zeig euch sie da Wir will ihre Mütze nicht mehr ausziehen Seitdem sie die entdeckt hat Finde ich sie ganz toll Dabei ist es eigentlich warm So will ich es nicht Ja Sag mal Oh warte da Sag mal Ich will die Mütze nicht mehr ausziehen Okay wir sehen uns gleich Bis bald Bis bald Groß Baba Da Kom Komm 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 Weiß ich nicht. Bist du satt? Ach ob ich satt bin? Ja. Wurde ich verstanden sein. Ja, ich bin satt. Und du? Ja. Du lügst, sonst würdest du dein Teller nicht doch voll sein. Mein Teller ist nicht voll. Das sind Süßigkeitenlos. Ja und das ist auch geil. Uh, das geht aber immer. Voll nicht. Wenn man voll ist, ist man voll. Nö. Kuchen geht immer, Süßigkeiten gehen immer. Eis geht gleich auch immer. Ich bin immer so, ich esse eher nur einen Teller und auch eher so. Ich weiß eigentlich sollte man ja so... ...gerillte Sachen und so, so. Diese frischen Sachen nehmen, ne. Ah. Aber ich bin nicht so. Ich esse ja auch immer nichts Eis und so. Hallo. 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 Wie geht's dir? Ach dir gut? Gut. Gut. Zeig mal dein Gesicht. Ja, guck mal dein Gesicht. Mama, du kriegst 50 Euro, wenn du dir so einen Kuss gibst. Das würde ich einfach nicht erleben. Wo ist denn? Komm her. Mua. Nein. So wirst du die Matsche reiten. Hab ich doch gemacht, die findest du erst von dir, Jana? Ja, die glaubt, die kriegt 50 Euro. Ja, meint die 50 Euro kriegt die. Party. Party. Das hier? Ja, krieg ich. Werdt ihr sehen. Ja, ja. Hei, wir haben gegessen, wir sind so voll. Das Mischo trinkt da hinten noch was, weil wir gerade bei all den Abschlüchern gemacht haben, damit wir uns was zu trinken wollen. Und wir haben unsere Planänderung jetzt. Wir fahren jetzt erst nach Ikea. Was? Kommst du mit den Auto? Nein, kommst nicht. Hier ist Porsche. Habt ihr gesehen? Kauft ihr mir ein Auto? Ich will es auch jeden damit einmal fahren. Auf jeden Fall. Wir sind auf dem Weg zur Ikea. Ikea hat er noch über uns aufgemacht, voll cool. Das ist so ein Kassensprung jetzt. Und da das in der Nähe war von da, wo wir geessen haben, haben wir ja kaum eine Runde Ikea, weil die Suche in ein Bett für das Minion und wollen so ein bisschen umschauen. Ich kann auch für mich eins kaufen und ich kann doch auch bei dir bleiben. Das ist immer aus der Bett in der Mitte. Aber ich muss zugeben, wenn sie weg ist, ich werde sie eher vermissen. Ich glaube, dass sie da besser hinkriegt als wir. Du wirst sie auch vermissen. Die kuschelt so süß. Kommt in der Nacht immer so mit dem Kopf zu deinem Kopf. Und so rücken dann rücken. Ich habe keinen Platz. Du stötterst ja nicht. Du kannst ja schlafen und schnauschen. Die kuschelt so одна. Musik Leute, wir sind zu Hause, direkt Schlafklaufen an. Das ist typisch ich. Das Riech hat heute echt viel alleine im Kinderzimmer gespielt. Langsam fängt das so an. Guckt euch mal an. Das ganz süß bei ihrer Decke, weil Ecke war eigentlich liebst es da zu sitzen, aber sie benutzt den zweiten Teppich als Decke. Da habe ich überlegt, vielleicht lege ich eine Decke dahin, damit sie sich immer so groß ist, dass sie jetzt alles wieder auspackt. Naja, jetzt schläft sie auf jeden Fall. Die Arme war so kaputt, ich habe zum Auto reingeschlafen. Ich arbeite gerade an einem Video und werde das fertig machen. Und ich werde, denke ich mal, den Vlog jetzt gleich bearbeiten, weil bei uns wird das nichts mehr passieren. Wie gesagt, schönes Gerunde, dass mich schon schläft gerade. Bis wenn sie wach wird, dann wird nur ein bisschen gegessen, Abendessen. Ja, sie hat leider ein bisschen spät geschlafen, aber das kriege ich mir schon hin. Dann kann sie noch baden gehen. Dann spielen wir noch eine Runde und dann war es das auch schon für heute. Also bei uns wird nichts Großartiges passieren. Deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch, da falls ihr auch einen Abonnieren nicht vergessen. Tschüss, Ladies!